Das Innovativen am SoSoft ist, dass es dynamisch unterstützt. Das heisst, im Gangzyklus unterstützt es dann, wenn es braucht, aber dann auch die Unterstützung weglassen, wenn sie es nicht braucht. Der Hauptresultat ist, dass wir mit dem SoSoft den Gang von Patienten positiv beeinflussen können. Wir konnten zum Beispiel zeigen, dass Leute, die den Fuss beim Laufen runterfallen und deshalb eher Stolpergefahr haben, dass wir mit dem SoSoft den Fuss aufziehen können. Der Haupteffekt war, dass das Ausschlenken des Beins, dass das Gräder geht, das könnte mir in Zukunft helfen, dass das Gangrad nicht schlechter wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017